Guten Tag, hier spricht der Kapitän. Ich habe gerade gemerkt, dass ich diesen Knopf hier eigentlich noch nie gedrückt habe. Deshalb werde ich ihn jetzt einfach mal betätigen. Halt einfach bis zur Übergabe durch, okay? Und vermassl es nicht! Ja, ja! Also, äh... Na, alles klar? Oh, es regnet mal wieder Enten. Wunderschön. Ich glaube, meine Katze ist krank. Ich denke nicht, dass sie krank ist. Wer hat dich denn gefragt? BASIZZEÄHN! Wo sind meine reizenden Assistentinnen? Oh man, ich bin so was von tot. BASIZZEÄHN! Hey, wenn du eine Zeitmaschine hättest, wohin würdest du reisen? Au! Hierher! Jemand muss uns vor diesen Schlagen schützen! Befreit die Raptoren! Das war eine Scheißidee! Weißt du, ich liebe das Meer. Oh, ich weiß, dass du das Meer liebst. Das coole daran sind einfach die... Bären! Brauchst du ein Glas Wasser oder sowas? Hey, sieht das für dich nach Feuer aus? Äh, ein wenig, ja. Hilfe! Ich brenne! Ha! Schnell, gib mir deine Augen! Okay. Hey, guck mich an! Ich bin eine Spinne! Spinnen haben acht Augen, du Lappen! Papa! Was ist 8x3? Du bist... so dumm! Okay, wir haben das Geld! Wie geht es dem Jungen? Na, alles Gute macht, du... Junger Mann, haben Sie irgendetwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Giraffe! Was? Uaah! Eberisch!